Mein Name ist Fiona Nöding, ich komme aus dem Erzbistum Hamburg, und zwar direkt aus der Stadt Hamburg. Ich habe die Personalstelle in Religiöser Elterndialog in katholischen Kitas. Und es geht bei uns darum, erstmal zu evaluieren, welche Gedanken, Sorgen, Freuden Eltern haben, um darauf aufbauend dann neue Dialogformen zu entwickeln, die abweichend von den Elterngesprächen, wie man sie kennt, und dafür sorgen sollen, dass Eltern eben mit direkt ihren Gedanken zu uns kommen können und wir somit über religiöse oder auch inhaltliche Themen besser ins Gespräch kommen können.